Dieses Fahrzeug ist eine Weltpremiere. Das neue BMW 6er Grand Coupé. Wer BMW kennt, der weiß, noch nie gab es in der Geschichte der Marke ein viertüriges Coupé. Jetzt erweitern wir die BMW 6er-Reihe um ein drittes Modell. Unsere Kunden können nun zwischen Cabrio Coupé und einer viertürigen Coupé wählen. Wir im Vorstand haben den Designern einen klaren Auftrag erteilt. Visualisieren Sie den eigenständigen Charakter dieses Fahrzeugs konsequent im Leben. Schaffen Sie eine besonders flache und sportliche Anmutung. Und meine Damen und Herren, Sie können sich heute selbst ein Bild machen, wie gut es gelungen ist. Auch in der Oberklasse. Schaffen Sie Kundeneffizienz. Das BMW 6er Grand Coupé bietet in allen Motorvarianten eine einzigartige Kombination aus Fahrleistung und Kraftstoffverbrauch. Neben mir steht ein BMW 650i Grand Coupé und das, meine Damen und Herren, sind die Werte. Verbrauch 8,6 Liter, CO2-Ausstoß 199 Gramm, maximale Motorleistung 450 PS. Das ist Efficient Dynamics at its best.